Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde Super Mario Maker 2, heute zusammen mit dem Zombay. Bewertet im Part und viel Spaß. Oh, was man tun da? Ich bin schüchstender Typ. Oh, guck mal her. Ja, ja, ja. Zeig mal deine Nase. Nein, oh. Hilfe. Nein. Hä? Ja. Ich komm. Ich bin auf dem Weg. Ich drück nur nach rechts, sonst nichts. Okay. Oh Gott, nein. Nee, ich geh nach oben, wenn du schon schreist. Ich bin nur fast in Stacheln reingelaufen. Warum ist hier Wind? Keine Ahnung, ich hasse. Oh mein Gott, wie kann man denn da sterben? Ja, also das ist, das frage ich mich auch. Oh, das sind Feuerbogen. Hier und geht's weiter. Ich geh einfach nur. Als ob du da oben rüber kommst. Ja, ich schaff's. Als ob du da oben rüber gehen darfst. Ja. Hä? Checkpoint. Was ist das denn? Ach komm, ich geh mal weiter. Ich wollte es erst mitnehmen. Da war so ein Turm mit Stacheln und so einen breiten Feldern. Ja, war doch einfach. Ja, man kommt einfach drüber. Hä? Hä? Oh, oh. Hä? 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 Mann. Kolumba, bleib bei mir. Warum willst du den? Ist ja noch mal in Ruhe. Der ist mein beste Freund. Ich bin ein... Ich bin ein... Ohne Mist. Lass ihn mal fallen, lass ihn fallen. Ich hab ihn. Nice. Wir gehen mit. Nein, tschüss. Äh. Wind. Ohne Mist. Wenn ich um einen Wind level sehe, einfach skippen. Okay, darf ich jetzt hier... Ach komm. Hä? Warte. Wow. Ich mach das jetzt. Easy. Easy. Ach komm oben. Du siehst mich? Ja. Kann man hier was machen? Kann ich nicht. Aber ich geh da drüber überspringen. Aber ich geh da drüber überspringen. Aber ich geh da noch den... Ach so. Das seh ich ja jetzt erst. Ich hab das komplett ausgeblendet. Ja. Ich hab was cooles. Du nicht. Ich hab gar nichts. Ja. Das mein ich ja. Nein. Nein. Oh. Wie kann man denn das? Alter. Also das ist echt unangenehm. Genau, eine Blume hatte ich. Hier, nimm sie. Warte, ich fliege. Ich mach die Blattkoll weg. Ach man, ach man. Mario. It's a me. Da bin ich. Mario. Ja. Hä? Äh, lol. Leben. Geht's denn noch höher? Hier war ein Secret. Ein Secret? Ja. Ah. Gubber. Hä? Oh. Oh. Warte, das ist ein Rätsel. Er ist nicht gesprungen, weil er das Teil einge... Na. Aber du hast den Sprung, äh, den, den Checkband, ne? Ja. Komm, gib mir... Ja. Oder so. Hä? Ein Rätsel? Ich glaub, hier war was, aber... Das ist kaputt gemacht. Ja. Nice. Also, du kannst mir sagen, was du willst, aber der spinn echt ein bisschen mit dem Input, wenn wir zusammen... Ah, nein, 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 nein. Bielen. Ah, da. Da bin ich rübergekommen. Womit? Achso. Ja, kann ich jetzt auch mal? Ja, du kannst noch was drauf machen. Ah, ja. Und jetzt brauchst du einen Gumba. Oh. Wieso brauche ich einen? Achso. Wenn du nicht hochkippst? Ui. Hast du es geschafft? Ja, ja. Nein. Ich hätte... Ah, 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 ah. Mario. Junge. Wow. Haps. Ah, ja. Ah, 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 ah. Okay, ich hüpfe. Und jetzt. Wow. Ich schaff das. Hast du es geschafft? Wail. Nein. Das war echt... Alter, war das... Dumm. Nein. Oh Gott. Meine Macht ist erwacht. Nein, schon wieder. Warte auf mich. Warte auf mich, bitte. Ja, ich seh's. Ich seh's. Ich bin so stolz. Oh, kann ich da auch? Ah. Warte. Wow. Jetzt bin ich dran. Erz. Ja, ich hab's auch. Oh mein Gott, für gut. Und drüber. Ja. Tschüss, du Lutscher. Ah. Ich schläbe. Ja, hol. Komm schnell. Wow. Hallo. Wow. Blutschi. Blutschi. Ja, ich geh einfach. Blutschi, lang. Nein. Stell rein. Stell rein. Esther. Ist der doof? Ich bin immer noch nicht oben. Warte. Nein. 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 Ach komm, ich geh einfach rein, oder? Nee, nee, nee. Wenn er richtig. Nein. 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 Doch, über dir zählt immer mehr. Neue Regel hab ich erfunden. Ja, ab jetzt. Warum bin ich Luigi? Mario. Mario? Mario. Ah, komm her. Oh, wieder so ein Level. Yay, genug. Oh, nee. Ui. Hä? Oh. Oh, bist du groß, Luigi? Es ging einfach dadurch weiter. Was geschieht? Was hab ich ge... Oh, das war, glaub ich, doof. Ja, wir müssen das richtig timen. Oder du bringst mich hoch. Das geht auch. Mach. Stampf. Easy. Bitte nicht umbringen. Nein. Ich lebe. Ich lebe. Loil, das ist das Ziel. Was? Geh rein. Der ganze Boden war einfach unten da. Du hättest einfach laufen können. Ich hätt einfach Angst. Ja. Ja, danke. Oh, du Möckchen. Ja. Och. Ja, nimm ruhig. Ist okay. Machst du da. Dann fliege ich mit denen. Alter, bin ich drauf? Ui. Ui. Au. Ähm. Boah, ist hier. Danke. Ey, ja. Nice. Aua. Oh, du auch? Ja. Was ist denn hier? Was machen wir? Du bist hier. Ich seh dich. Alter. Ey, ich kapp mich ein. Nein, lass mich. Kamera, hör auf, wenn du herzufahren. Also mein Tod war aber auch... Ja, was war dein Tod? Beide ein bisschen unangenehm. Jetzt kann ich da durch. Ja. Da oben drüber, zwischen den Schrauben. Alles klar. Ja, warte, 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 warte. Warte noch. Kommt wieder runter. Kommt wieder runter. Oh. Ja, hallo. Was ist das? Bist du doof? Also, ich hab dich genommen und weggeworfen. Das war Absicht. Aber der Rest danach nicht. Ja, aber das war doch schon an sich eine super gefährliche... Ach, Pilz, die Spie... Ja. Gottes Willen, was ist hier? Ja, warte, warte, warte. Leb, 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 dein Traum. Ja, ja, danke. Hä? 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 Warte. 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 Warte, 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 warte. Typ, ich hab Angst. Hallo, geh doch. Ey, ey, ganz im Ernst. Das ist ja mega. Jetzt hast du mich mit umgebracht. Ist das eigentlich dein Ernst? Was war das denn für ein Timing? Alter, Gott. Hallo, lass mich doch... Äh, das... Das ist doch... Sag mal. Alter, jetzt hast du mich... Geh doch. Ey, das war einfach nur Belästigung. Warte doch. Nein, 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 nein. Danke. Oh mein Gott, komm einfach wieder schnell. Okay. Oh nein. Ich hasse dieses... Nein! Ja. Ja, wir können auch mal Ernst spielen. Hast du? Ja, wir haben es endlich geschafft. Ja, ich habe auch den Checkpoint. Das Level ist vorbei. Ich bin aber nur die Kanone gehöpt zweimal. Ja, äh, 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 ja, äh. Alter, wenn man falsch getimed spawnt, fällt man bei den Tod. Oh, ich sehe schon. Nein. Ja, und jetzt? Ach so, du willst einmal... Komm, wir resetten. Okay. Vielleicht ist es jetzt gespawnt. Und, drei, zwei, eins. Oh Gott. Boah. Weg mit dir. Tja, das war... Warum holst du nicht mal den Pilz? Oh. Hä? Ja, okay. Nein. Och, Mann. Ich will ganz so sein, hier zu sterben. Aber dann kommt vielleicht ruf, genau. Nice. Ja, 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 ja. Spawn. Perfekt. Ich höre mir zum ersten Mal den doofen Pilz hier. Der mir nichts gebracht hat. Ganz im Gegenteil. Er hat mich sogar umgebracht. Jetzt... Alter, lass dich doch... Von ihm was treffen. Ja, gut. Das war's. Ja, man muss damit zum dummen Notenblock hochfahren. Unser Untergang, dieses Level. Ja. Ja, aber wir können ja mal ernst spielen. Dieser... Dass man auf diesen dummen Notenblock hier warten muss. Ja. Da ist er. Ich hab ihn. Als ob. Ja. Als ob. Was ist das denn für... Okay, lebe. Ich bin oben drauf. Nein, ich bin runtergefallen. Es hat mich aber direkt weggeklatscht. Okay, ich chill hier. Ja. Ich bin da. Oh Gott. Drück nach links. Nein. Ja, ich hab kein Momentum. Wie soll ich... Man rutscht ohne Momentum direkt runter. Okay. Ich bleib einfach hier. Äh. Äh. Hä? Hundi? Tu nichts Böses, Hundi. Äh. Nein, Hundi! Äh. Äh. Warum schaffst du es so gut? Oh, da bist du ja... Nein! Bitte! Lol! Ich hebe. Gib's dir. Okay, dann geh ich durch. Tschüss. Wir haben's geschafft, oder? Alles klar. Bosskampf, Bosskampf, Bosskampf. Äh. Aufpassen. Da sind ein paar Säulen, da sind ein paar Säulen, da sind ein paar... Ja, ich bin gestorben. Lauf, lauf, lauf. Ich bin zu schnell. Ja. Nein. Mama Mia! Luigi! Ne, du... Du lebst! Eine Minute noch. Ja, ich weiß, sie ist da oben. Lauf! Auf links? Auf Mitte? Nein! Du bist... Leb, leb, bleib da. Da, äh, safe spot. Safe spot. 20 Sekunden. Ja, ja, lauf, lauf. Ist okay. Da oben. Hol sie. Nein, ich hab sie nicht. Okay, okay. Noch einmal spawn. Spawn, spawn, spawn. Ich renne direkt. Warte. Jetzt. Hol sie dir. Ich hab sie. Okay. Lauf, lauf. Ja, ja. Lass mich durch. Renn? Ah! Oh Gott! Mich hat sie getötet. Nein! 4 Sekunden. 4 Sekunden geht sie. 4 Sekunden geht sie. 4 Sekunden geht sie. Nein, 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 nein. Siehst du, wo ich bin? Nein, ich hab nichts gesehen. Alter! Das, also es hätt noch schlimmer sein können, aber es war schon gut schlimm. Ey, ich renne jetzt. Ich renne. Okay. Ich würde sagen, ich renne einfach durch. Ähm. Was, was, oh, ich bin da, ich bin da. Okay, groß. Okay, dann warte kurz, bevor du durchgehst. Wow, ich geh wieder zurück. Nimm mir deinen Pilz. Hallo? Geh mal, drunter. Ich schaff das. Geh mal drunter. Okay, dann nicht. Hä? Da kommt keiner. Ach, du musst. Okay, dann. Ja. Tschüss. Gierlappen. Will er seinen eigenen Pilz haben? Tschüss. Ja, doof, ne? Warum bist du weggegangen? Nein. Weil ich dich gerade nach unten gepresst habe. Nimm den oben in der Mitte wieder, den doofen. Oh Gott! Okay, eine Drehung warte ich noch ab. Oh mein Gott. Ja, ja, nimm, 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 nimm. Ich warte hier, ich warte hier einfach. Ey, wir haben... Und... Game over. Was war mit der Zeit passiert? Keine Ahnung. Ich war doch ultra schnell beim ersten Checkpoint. Ja gut, danach im Checkpoint ging es nicht mehr so schnell voran. Wenn du einfach noch gechillt hast, denn du kotzt mich an. Ja, ich bin, ich bin oben. Ich hab's. Komm her. Boloigi. Ja, hol. Komm. Nein, jetzt lass mich doch... Hallo, hast du mich gerade? Weiß nicht. Das war respektlos. Ich sterbe nur noch. Ja, ja. Oh, 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 ha, ha, ha. Wow. Wow. Ja, du hast es. Ich kann fliegen. Ich bin tot. Nein. Was machst du denn? Ja, okay. Wir haben keine Zeit mehr. Ja, gut. Ich bin neu starten. Können wir einmal anspielen. Okay. Ich bin on fire. Ja, nein, das hätte ich schaffen können. Ja, das, das kann ich... Oh, ja, Mann. Was ist denn los bei mir? Ich, okay, das war nicht so gut, aber ich hab keinen Schaden bekommen. Ist die Hauptsache. Wow. Wow. Wow, hi. Du bist nochmal runtergekommen. Keine Ahnung. Wollt deinen Kopf berühren. Hier ist Hundi. Okay, alles gut. Mir geht's gut. Du hast Hundi geschafft? Ja, dann kriegen wir es jetzt hin. Geh weg! Lass mich! Okay. Ich kann in meinen Notfall zurückgehen. Ich bin da. Bruder. Ich bin da. Uh! Nein, ich hab schon wieder das Teil nicht bekommen. Ey, diese Stelle. Ich wollte es. Ja, mach. Ich hab den Pilz. Ich wollte alles. Ja. Krieg Schaden und hol einfach alles dafür. Mach das. Und sterbe. Der Schlüssel fliegt jetzt in der Luft gerade rum. Ja, ich hol kurz den... Der fliegt jetzt zu dir rüber. Oh. Mit der Schräge. Oh. Ist er jetzt hier oder drüben? Er ist immer noch drüben, oder? Nee, zusammen. Hallo, warum kann ich nicht bei dir spawnen? Der ist da unten. Hör mal auf, durch Türen zu gehen. Ja, ja, ja. Ich wollte nur wissen, wo der Schlüssel ist. Komm her. Der fliegt einfach gerade zu dir. Ja, ja, ja. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ich hab den Schlüssel. Hast du mich jetzt... Ich hab den Schlüssel. Jetzt hat er mich weggeworfen. Ich hab den Schlüssel. Wenn du jetzt stirbst, ne? Warum? Du bist nicht wirklich gestorben, oder? Nein. Du bist nicht wirklich... Du bist echt tot. Ich hab den Schlüssel gehört. Ich dacht schon. Bruder. Hallo? Zum Entersteer stimmt doch gar nicht. Nee. Du hast es so gut gemacht. Und ich kann mal in dem Klau einfach den Schlüssel... Ich hab alles gemacht in dem Level. Ja. Du hast es so gut gemacht.